Musik Ähm, ja, jetzt haben wir die Masterfalle fertig, soweit, so gut. Jetzt bin ich am überlegen, hm, ja, ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich baue mir wirklich meine Schaufel. Ne, ne, ich habe noch was anderes vor eigentlich. Ja, ich brauche Baumusik, ich suche mal was. Ein bisschen leiser auch, ich finde es ein bisschen laut. So, wir haben hier so ungefähr unseren Anfang. Was, wie tief bin ich denn jetzt? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ein bisschen tiefer. Oh, okay. I don't know. Was ich vorhabe, ist eine gerade Ebene zu machen, die genau auf der Höhe der Monsterfalle ist, damit da Monster spawnen, dass wir sie später besser anlocken können. Aber das hier muss dafür weg. Das hier muss ich nicht. Das war's. Bis ich irgendwo rauskomme, grabe ich jetzt. Ich muss da irgendwo rauskommen. Jetzt sind wir schon wieder dort, also von daher... Aha! Nein! Boah, boah! Wie weit geht's denn noch? Ich denke mal, hier mache ich mal eine Pause und gehe nach hier rüber. Man denke noch dran, wir sind auf der Höhe der Monsterfalle. Das heißt, es wird ja alles rund aussehen. Anders werde ich sagen. Was steht hier? Oh, Schaufel werden niemals reichen. Schaufel werden nicht mehr. Scheiße, ich kann nicht nur aufhebeln. Dann mache ich einfach mal eine Redstone Torch. Er hat auch nicht so viel gebracht, ja toll. Ja, den Serswing packen wir weg. Hier wieder an die Segmenten arbeiten, in Abschnitten. Geht viel schneller. Ihr seht nichts, ich sehe genauso wenig wie hier. Ah, okay, der passt. Oh, wir sind, glaube ich, ein zu tief. Ja, okay. Das war's für heute. Ich glaube, ich brauche eine Dirtkiste. So, wir sind die Ersten, die Koppelmangel haben, aber die Dirtkiste brauchen. Alles voll hier. Na, ich gehe ja mal in den Taschenballen leeren. Guck mal, einen kann man noch aufsammeln, geht doch. Und dann werden wir mal unser Projekt weiterführen. Schlafen. Aber ich mache jetzt auch eine Aufnahmepause, bis eben, also von mir sind, also ich werde jetzt wahrscheinlich, ja, wenn es hinkommt, also jetzt, ja, in 8 Wochen erst wieder spielen. Kommt sogar gut hin. Wenn ich nicht die Produktion von meinem Minecraft hochdrehe, weil ich nicht mehr raushaue, dann werde ich jetzt in 8 Wochen erst wieder spielen. Weil ich ja erst dann wieder aufnehmen kann, wenn ich wieder welche brauche. So, dann sage ich, oh, 8 Wochen, passt sogar kaum noch. Dann mache ich ja 16, 10 Wochen. Egal, dann sage ich mal Bye-Bye, liebe YouTuber und ich grüße Naiko Gamer. Ich grüße alle und jenen. Ich grüße Daniel Neumann aus meiner Schule. Er hat ja gewünscht und auch schon ein anderer Depp, dessen Name ich nicht mehr weiß. Oh, alle wollen das irgendwie ein Let's Play erwähnen. Ja, dann denke ich, grüße einfach alle, meine Familie, meine Oma und dann sage ich Bye-Bye. Hmmmm. Hmmmm.